Wichtig ist auch, dass ich koordinativ fit bin für den Winter. Darum zeige ich euch jetzt, wie man mit drei Bällen jonglieren kann. Als ersten Schritt werfen ihr zuerst zwei Bälle nacheinander auf und mit den anderen Händen fahren. Wenn das gut klappt, könnt ihr den dritten Ball dazu nehmen. Wichtig ist jetzt geduldig sein und viel üben. Wenn ihr das gut beherrscht, könnt ihr dann auch mit verschiedenen Gegenständen jonglieren. Das wäre die Umstände noch etwas. Soll ich den dritten Ball dazu nehmen. Soll ich das gut machen. Jetzt habe ich die Umstände zuerst. Soll ich das mal nachher. Soll ich es auch, dass ich das nicht so schön mache. Soll ich es nicht so schön mache? Soll ich es nicht so schön mache? Soll ich es nicht so gut mache? Vielen Dank.